In den letzten Wochen und vielleicht sogar Monaten bei dem Tempo, wie ich meine Reihen fortsetze, es tut mir auch echt leid, ey, haben wir uns mal ein bisschen ausführlicher mit meinem persönlichen Ranking der Tode der verschiedenen Jurassic Park Filme beschäftigt. Chronologisch gesehen kommen wir jetzt also bei meinen Top, wie viele sind es denn, bei meinen Top 7 Toden aus Jurassic Park 3 an. Wenn ihr euch jetzt fragt, 7 Tode, mir fallen jetzt nur 3 oder 2 ein, dann bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bevor das Video losgeht, der Hinweis kommt am Anfang. Ja, es gibt hier Spoiler zu Jurassic Park 3, logischerweise, wir sprechen hier über das Todesranking. Und vergiss nicht mir, deine Ranking-Reihenfolge in die Kommentare zu schreiben. Du kannst dir gerne meine 7 Plätze nehmen, wenn du aber auch sagst, hier, nee, den will ich gar nicht erst erwähnen, das lohnt sich nicht, dann kannst du mir auch eine andere Ranking-Liste schicken, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren, wie du die Tode aus Jurassic Park 3 ranken würdest. Wir fangen mal an mit Platz Nummer 7, das ist bei mir der Parasaurolophus. Und da denkt man sich jetzt auch, wann ist denn Parasaurolophus gestorben? Erinnert ihr euch an den relativen Anfang zu Jurassic Park 3, wo der Tyrannosaurus Rex hinter diesem einen Totensaurier auftaucht? Das war der Parasaurolophus gewesen. Da hat man in einem Making-of offiziell bestätigt, dass hier die Konstruktionsgrüste des Parasaurolophus benutzt wurden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe ihn einfach mal mit rein. Wir haben zwar den Tod nicht gesehen, deswegen ist er auch nur auf Platz 7 gelandet, aber dennoch finde ich, dass man den Parasaurolophus trotzdem in so einem Ranking einfügen sollte, weil der auch immer wieder zu Gesprächsthemen führt. Und gerade die Frage, um was für einen Saurier handelt es sich denn da eigentlich, ist hiermit jetzt auch beantwortet. Deswegen, ja, mein Platz Nummer 7 ist der Offscreen vom T-Rex gefressene Parasaurolophus. Platz Nummer 6 ist ein Thema, über das wir auch schon ausführlich gesprochen haben. Die Crew auf dem Boot, die im unheimlichen Nebel gefressen wurde, vielleicht sogar vom Nebel selbst, keine Ahnung. Wir haben uns ja diese Szene schon mal gemeinsam angeschaut, das Video habe ich dir mal hier oben verlinkt, und haben ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben, was das denn wirklich gewesen sein könnte, was die Crew gefressen hat. Wir bleiben jetzt hier aber erstmal bei den Fakten, wir haben es eben nicht gesehen, und deswegen ist der Platz auch relativ weit hinten. Noch dazu war der Schockmoment irgendwie nicht der, der, glaube ich, erreicht werden sollte. Zumindest, ähm, spätestens als die, als die Crew auf dem Boot in dem Nebel verschwunden ist, haben wir doch eigentlich alle ganz genau gewusst, die kommen da jetzt nicht lebend wieder raus. Noch dazu ist die Szene, wenn man sich da keine Gedanken drüber macht, weil man den Film vielleicht zum ersten Mal sieht, sehr seltsam, weil man einfach nicht auf die Idee kommt, okay, was hätte das denn sein können, was hat denn die Crew da fressen können. Trotz allem dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass diese Todesszene, also diese, die Crew, die gefressen wurde, dass das der Auslöser für die gesamte Story von Jurassic Park 3 ist. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, Platz 6 ist schon vollkommen okay. Auf Platz 5 in meinem Todesranking zu Jurassic Park 3 haben wir Nash. Und Nash ist der Kollege hier. Ich muss sagen, dass ich generell von dieser Söldnertruppe damals im Film, und ich mag Jurassic Park 3 wirklich gerne, aber da war ich damals echt enttäuscht von denen und bin das eigentlich heute immer noch, weil wenn wir uns überlegen, wie die drei aufgebaut werden, beziehungsweise die beiden Söldner eben dann, die die Kirbys unterstützen sollen, nee, es sind sogar drei mit Cooper noch zusammen, habe ich mir irgendwie so ein bisschen mehr, mehr Eingriff auch auf die Dinosaurier gewünscht, weil ich meine, die werden gezeigt, wie sie hier an einem Flugzeug ihre krassen Waffen ausprobieren und dann die, die, ihre Schützlinge in Anführungszeichen, Dr. Alan Grant und Co. sich ja durch den Dschungel zu begleiten und im Endeffekt hat man davon eigentlich gar nichts gesehen und so viel einfach mal dazu. Deswegen habe ich mir Nash auch auf den fünften Platz gesetzt, weil auch sein Ende ist so ein bisschen, ich fand das nie so wirklich aufregend. Ich meine, der Kerl wird einer der coolsten Szenen aus dem Jurassic-Universum, für mich zumindest. Der Spinosaurus reißt das Flugzeug auseinander und Nash versucht noch zu flüchten und wird dann eben aus dem Flugzeug rausgezogen. Und dann kommt eine ganz seltsame Einstellung und das liegt an der animatronischen Figur vom Spinosaurus. Es ist nicht das gleiche Team gewesen, das den Spinosaurus als animatronische Figur gebaut hat, wie den T-Rex aus Jurassic Park 1. Und das wird in vielen Making-ofs als Grund dafür genommen, dass das Tier mehr aussieht wie so eine Geisterbahnfigur, wenn man eben die animatronische Figur benutzt. Und wir sehen dann eben auch, wie der Spinosaurus Nash so ganz langsam mit dem Kopf hin und her windet. Und das haben wir eben schon wesentlich cooler gesehen. In Jurassic Park 1 reißt der T-Rex den Anwalt vom Klo runter und zerrt ihn hin und her und hin und her, um ihm wirklich auch noch die Knochen zu brechen, damit er eben wirklich stirbt. Ich weiß nicht, warum der Spinosaurus hier seinen Kopf nach links und nach rechts bewegt, ob er vielleicht gerade die Straße überqueren wollte und mal gucken, ob ein Auto kommt, keine Ahnung. Das kommt so ein bisschen seltsam rüber und dann wird Nash auf den Boden runtergeschmissen. Er will nochmal wegrabbeln. Der Spino tritt ihm hinten drauf und beißt ihm dann anscheinend den Kopf ab. Und auch das sehen wir halt nicht richtig. Das fühlt sich alles so ein bisschen gewollt an. So, ja, der muss jetzt eben sterben, also lassen wir ihn halt irgendwie sterben. Aber es ist, weiß ich nicht. Ich finde einfach ein verdienter Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 ist auch jemand, den wir nicht sterben sehen. Ich habe zu dieser Figur auch schon mal ein Video gemacht. Die findest du auf meinem Kanal hinter der Rubrik Jurassic Park 3. Da habe ich eine eigene Playlist erstellt. Und zwar geht es hierbei um Ben Hildebrand. Es gibt eine mehr oder weniger offizielle Antwort, wie Ben Hildebrand wirklich gestorben ist. Aber darum geht es auch hier nicht im Ranking. Hier geht es mehr um diesen Effekt. Ich dachte damals wirklich, dass Eric nur so lange auf der Insel überleben konnte, weil eben Ben an seiner Seite war. Also ein Erwachsener, der vielleicht auch irgendwie Ahnung hat vom Überleben. Und deswegen war ich relativ geschockt, als dann plötzlich dieses Skelett aufgetaucht ist und rauskam, das ist gerade Ben. Und im Kino hat man sich dann wirklich gefragt, was zum Teufel ist denn mit dem passiert? Da hat jetzt der Schockmoment im Gegensatz zu den Typen auf dem Boot, über die wir eben gerade schon gesprochen haben, für mich wesentlich besser funktioniert. Und deswegen muss ich sagen, Ben Hildebrand ist auf Platz 4 und das auch verdient. Platz Nummer 3 ist Cooper. Und auch zu dem haben wir schon mal ein Extra-Video gemacht. Wie gesagt, toll dir mal meine Playlist an zu Jurassic Park 3. Das Thema habe ich anscheinend echt am meisten behandelt, fällt mir nämlich gerade auf. Cooper hat für mich eine sehr dramatische Szene, wo ich mir auch denke, für mich war Alan Grant früher immer der Held. Und als ich da mitbekommen habe, okay, Cooper hat gerade meinen Helden-K.O. geschlagen, da habe ich Cooper erst mal so richtig gehasst und habe mir gedacht, okay, der muss nochmal seine Quittung bekommen. Und dann sehen wir, wie Cooper die Quittung bekommt. Und das auf irgendwie eine sehr dramatische Art und Weise, finde ich, weil Cooper auf einmal nicht mehr der harte Kerl ist, der noch im Flugzeug war, sondern er steht schwer verletzt an der Landebahn oder auf der Landebahn und fleht wirklich um Hilfe. Er fängt sogar an zu weinen. Der Arm ist komplett, hängt nur noch runter, wahrscheinlich irgendwie gebrochen von der Verletzung. Und die Piloten im Flugzeug entscheiden sich nicht mal dazu wirklich anzuhalten. Die sagen von vornherein, ey Cooper, hau von der Landebahn ab, Mann. Wir halten auf gar keinen Fall an. Und das machen sie auch nicht. Das heißt, egal was passiert wäre, Cooper wäre einfach entweder auf der Insel alleine gelassen, weil sie ihn im Stich gelassen hätten. Aber der Spinosaurus taucht kurz danach auf und schnappt ihn einfach mal von der Landebahn weg und frisst ihn eben. Cooper ist tot. Und das Flugzeug stürzt dann auch mit dazu ab. Das Flugzeug wäre übrigens nicht abgestürzt, wenn ihr dämlichen A**chen einfach auf Cooper gewartet hättet beziehungsweise ihn nicht einfach so im Stich gelassen hättet. Dann wäre das alles vielleicht anders ausgegangen. Da hätten wir aber auch keinen Film bekommen. Von daher, ja, ist das schon cool so. Und Coopers Tod, er tut mir immer noch leid, wenn ich ihn sehe. Das ist immer noch am Anfang. Dann hasse ich ihn, danach tut er mir leid. Deswegen für mich ganz klar auf Platz 3. Auf Platz Nummer 2 haben wir den T-Rex verfrachtet. Und warum nicht auf Platz 1? Ist ganz einfach der Grund, man hat damals auch sehr viel beworben, dass der Tyrannosaurus Rex gegen den Spinosaurus kämpfen wird. Und ähnlich wie bei Jurassic World Dominion war die Marketingkampagne hier wesentlich kolossaler als im Endeffekt das, was wir im Film bekommen haben. Ihr seht also, nicht nur Jurassic World 3 macht diese Fehler. Der Kampf vom Spinosaurus wurde sogar derart angekündigt, dass ich damals bei meiner Tante in Amerika war und da gab es ganze Plakate, die waren aufgebaut wie so Boxkämpfe, wer gewinnen könnte. Und in meiner Vorstellung war der Kampf Spinosaurus gegen T-Rex ähnlich wie auch Darth Maul in Episode 1 von Star Wars gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan. Dass man diesen Kampf permanent wieder sieht zwischen den beiden Kreaturen. Und da gibt es immer wieder einen Cut zu einer anderen Story und man denkt sich, oh, ich will jetzt immer wissen, wie es da weitergeht. Und dann gibt es wieder einen Schnitt zurück. Wäre wahrscheinlich einfach zu viel gewesen, aber demnach könnt ihr euch vorstellen, dass ich in dem Film später dann doch ein bisschen enttäuscht war, als der Kampf innerhalb von nicht mal drei Minuten vorbei gewesen ist. Der Platz ist allerdings dennoch so hoch gelandet, weil diese Szene verdammt wichtig für den Film war. Sie erklärt nämlich auf sehr plumpe und plakative Art und Weise, warum der Spinosaurus die neue große Gefahr ist. Eben weil er einen T-Rex, den wir ja vorher als das ultimative Maskottchen von Jurassic Park kanten, einfach mal ganz schnell umbringt. Und ich muss sagen, zwischen allen Dinosaurier kämpfen, gerade die, die wir auch später in Jurassic World bekommen haben, die ja alle mit sehr viel Effektreichtum. Die sehen alle cool aus, aber wenn da der Raptor auf dem T-Rex rumspringt und die battlen sich gemeinsam gegen den Dominus Rex, ist mir das persönlich zu viel. Der Endkampf in Jurassic World Dominion, ich will jetzt hier nicht spoilern, das war auch nichts. Ich finde die gesamte Jurassic-Reihe, also wenn wir die ganze Jurassic-Reihe betrachten, finde ich diesen Kampf, Spinosaurus gegen T-Rex, der fühlt sich am meisten an wie ein Kampf zwischen echten Tieren. Und von daher ist er bei mir ganz klar auf Platz 2. Zumal eben auch noch zwei meiner Lieblings-Dinos in dieser Szene auftauchen. Und diese Szene hat es wirklich geschafft, mir den Spinosaurus total schmackhaft zu machen. Platz Nummer 2 verdient. Platz Nummer 1, ich habe lange gehadert, ob ich Platz Nummer 2 auf Platz 1 drehe, aber ich habe gesagt, nee, das ist für mich eher Platz 1. Platz 1 aus Jurassic Park 3 ist für mich definitiv Udesky. Ich habe über diese Szene auch schon mal mit einem guten Kollegen gesprochen. Nico, Grüße an dich, wenn du das hier siehst. Und er findet die Szene irgendwie bescheuert, weil ihm die Raptoren hier so clever vorkommen. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, es geht um eine Szene, in der die Raptoren mit einem halbtoten Udesky eine Falle stellen, damit eben auch die anderen Überlebenden in diese Falle reinrennen und eben von den Raptoren gefressen werden können. Die Raptoren haben in Jurassic Park 3 schon einen Intelligenzschuss gemacht, der irgendwie schon abseits von Gut und Böse ist. Aber irgendwie fand ich das immer organisch mit dem, was wir halt eben auch erfahren haben, auch gerade mit dem, was Dr. Alan Grant am Anfang von Jurassic Park 3 erzählte. Das hat irgendwie gepasst. Es gab einen Aufbau zu dieser Charakterentwicklung, einen Aufbau, den wir seit Jurassic Park 1 hatten. Die Viecher sind intelligent. In Jurassic Park 2 haben wir nochmal gesehen, die können total koordinierten Rudeln jagen. In Jurassic Park 3 wird am Anfang sogar gesagt, okay, die waren wahrscheinlich sogar schlauer als die Primaten von damals. Das war ein Szenenaufbau, ein sogenanntes Build-Up für die späteren Raptoren, um zu zeigen, wie clever die sind. Ich habe das immer sehr gemocht, mochte auch die Designs der Velociraptoren und ich fand es ziemlich krass, dass sie es einfach geschafft haben, eine Falle zu bauen mit einem halttoten Udesky. Das Einzige, was ich hier zu bemängeln hätte, wäre, dass man wirklich sieht, wie der Velociraptor Udesky am Kopf packt und ihm angeblich ein Stück vom Kopf rausreißt und dann schmatzt der Raptor auch noch so. Du siehst aber als Zuschauer, dass der Schauspieler einfach, der am Boden liegt, da ist nichts am Kopf passiert, da ist keine Wunde, da fehlt nichts. Das ist so das, wo ich mir immer wieder denke, ja, da hättet ihr wenigstens so Kratzer reinmachen können. Das ist aber wieder so minimales Rumgejammer. Udesky ist auf jeden Fall bei mir auf Platz 1, weil er mir gezeigt hat, die Velociraptoren, die haben es schon in sich. Umso trauriger finde ich es jetzt, wo ich das hier laut ausspreche, was sie aus den Raptor, den Jurassic World gemacht haben. Das waren jetzt meine Platze 7 bis 1. Schreibt mir eure Liste, um einen die Kommentare unten rein, würde mich sehr freuen, mir das Ganze durchzulesen und damit bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020